Da ihr meine Frage-Antwort-Videos immer extrem feiert, weil ich euch dann in eurer Situation direkt helfen kann, eure Fragen beantworten kann und euch auch dort abholen kann, wo ihr sicherlich gerade steht, haben wir uns entschieden, das gleich nochmal spontan zu machen. Ihr habt wieder einige Fragen gestellt und wenn auch du das nächste Mal eine Frage stellen willst, die Fragen stellen wir immer auf meinem Instagram-Kanal, folge mir am besten direkt, dort kannst du auch das nächste Mal wieder eine Frage stellen und dann kann ich die vielleicht sogar für dich beantworten. Erster Themenkomplex dazu. Es waren ganz, ganz viele Fragen zur Restnutzungsdauer. Schaut mal bitte in dieses Video rein, dort habe ich gerade ein Video gedreht zur Restnutzungsdauer, das könnt ihr euch angucken. Trotzdem beantworte ich natürlich eure Fragen jetzt hier. Die erste ist von Nils Plamberg. Hallo Martin, gibt es schon eine verbindliche Aussage zwecks Restnutzungsdauer-Gutachten? Nein, die gibt es noch nicht. Wir sind noch im Entwurf im Gesetzgebungsverfahren. Der Bundesrat hat Stellung genommen, der Bundestag, es ist ein Entwurf. Es steht jetzt auf der Kippe, aus meiner Sicht kann wegen dem Leistungsfähigkeitsprinzip die Möglichkeiten einer verkürzten Restnutzungsdauer nicht eingeschränkt werden. Wir werden aber sehen, was der Gesetzgeber hier draus macht. Ich würde aber euch um eins bitten, bitte nicht überreagieren. Ich würde lieber noch die Restnutzungsdauer-Gutachten in Auftrag geben, für den Fall, dass das Gesetz nicht umgesetzt wird und die Chancen stehen da relativ gut. Anstatt jetzt das so zu hinterfragen, macht ein Gutachten Sinn oder nicht? Und dann wird das Gesetz nicht umgesetzt und man hat aber nicht rechtzeitig ein Gutachten erstellt. Also bitte macht euer Immobilieninvestment nicht, davon abhängig, ob es eine verkürzte Restnutzungsdauer gibt oder nicht. Das ist ein schönes Gimmick, aber bitte beachtet auch, dass solche Immobilien immer rechnen sollten, auch ohne Steuervorteil. Eine richtig gute Immobilie, die rechnet sich super ohne Steuervorteil und der Steuervorteil ist dann immer nur das Sahnehäubchen. Nicht umgedreht, dass ich eine Immobilie wegen einem Steuervorteil kaufe, das geht meistens in die Hose. Wie bei diesen Denkmalimmobilien, wo der Bauträger, der die denkmalgerecht saniert, diesen Steuervorteil schon auf den Preis mit draufschlägt. Und dann hat man eine Immobilie gekauft und merkt nach 20 Jahren, dass sie ja sogar im Wert verloren hat, weil man sie viel zu teuer eingekauft hat. Der Robin fragt, wie aufwendig und kostenintensiv ist es, eine eigene Stiftung zu führen? Das ist überhaupt nicht aufwendig, Robin. Bei mir hat ja die Stiftung die Aufgabe, das Markenrecht oder die Markenrechte meiner Unternehmensstruktur zu verwalten. Und damit erzielt die Stiftung Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung. Und das Krasse bei der Stiftung ist, sie ist nicht zur Buchhaltung verpflichtet. Sie muss keine Buchhaltung machen, sie muss keinen Jahresabschluss erstellen. Ihr müsst die Bilanz nicht beim Bundesanzeiger hinterlegen bzw. den Jahresabschluss oder müsst den dort veröffentlichen. Das ist alles bei der Stiftung nicht gegeben. Die Steuererklärung meiner Stiftung besteht aus einem Mantelbogen für Körperschaften und einer einzigen Anlage. Die kennt ihr sogar, das ist die Anlage Vermietung und Verpachtung. Dort trage ich die Immobilien und die Lizenzeinkünfte der Stiftung ein. Da wird auch nichts infiziert. Also Stiftung ist in meiner gesamten Unternehmensstruktur die günstigste und unkomplizierteste Rechtsform. Wobei dort allerdings der Gründungsaufwand etwas größer ist. Rechnet da mal mit mindestens 10.000 Euro bei einem guten Anwalt. Meine Stiftung errichtet hatte, hat es sehr gut gemacht, sehr viel Erfahrung, aber das kostet natürlich Geld. Jetzt weiß ich aber auch, dass diese Stiftung für viele, viele Jahre noch besteht. Demnächst wird es übrigens ein Interview mit diesem Anwalt hier auf dem Kanal geben. Abonniert diesen Kanal, wenn ihr das nicht verpassen wollt. Jetzt fragt Dr. Wo, wo steht, dass die tatsächlichen Fahrtkosten bei 2 Euro pro Kilometer gedeckelt sind? Das steht nirgendwo so konkret drin, Dr. Wo, sondern das ergibt sich aus einem Urteil. Ein Urteil aus 2012 vor dem Finanzgericht Nürnberg. Im Steuerrecht gibt es nur eine allgemeine Klausel, dass Kosten nur angesetzt werden können, soweit sie angemessen sind. Und in 2012 hat das Finanzgericht Nürnberg entschieden, dass ein Kilometersatz über 2 Euro nicht mehr angemessen ist. Wir haben jetzt das Jahr 2024. Ich bin der Meinung, und mein Auto kostet 2,80 Euro pro Kilometer, dass heutzutage auch dieser Betrag angesetzt werden kann. Wenn du das machst, kannst du auch auf 3 oder 4 Euro pro Kilometer errechnen und kannst es einfach mal beim Finanzamt einreichen. Im Zweifel kommt es zu einem Verfahren und dann muss man sich mit dem Finanzamt oder dem Finanzgericht einigen. Du würdest dort aber zur Weiterentwicklung des Rechts beitragen. Ja, ich bin ja ein Fan davon, steuerliche Überschüsse immer in eine Kapitalgesellschaftsstruktur zu packen. Jeder Unternehmer sollte deshalb seine Einkünfte in einer GmbH erzielen und dann die Immobilien danach sortieren, welche erzielen steuerliche Gewinne. Die kommen auch in die Strukturen, eine VV GmbH, welche erzielen steuerliche Verluste. Die behält man natürlich privat und jetzt kann man durch Sanierungsverluste oder Abschreibungsverluste der privaten Immobilien sein Geschäftsführergehalt aus der Struktur schön anpassen, damit man nie zu viel Steuern bezahlt und das Gehalt mit den Immobilienverlusten verrechnen kann. So schafft man es auch, große Teile seines Gehaltes steuerfrei ins Privatvermögen zu bekommen, wenn es mit entsprechenden Verlusten zu verrechnen ist und kann dann immer flexibel sein Gehalt anpassen. Also das geht jetzt nicht nur an Makler, sondern an alle Unternehmer. Wenn du erfolgreich bist, packe die Gewinne in eine Struktur und die Verluste ins Privatvermögen. Das ist der große Rahmen, der um jede Unternehmensstruktur geschlossen werden sollte. Man könnte jetzt die Struktur noch um eine Holding ergänzen, aber ich sehe bei einem Makler nicht so richtig das Risikothema. Deshalb könnte es auch eine operative Maklerholding sein und dann packt man die Immobilien in eine VV-Tochtergesellschaft. Wenn du allerdings sagst, du baust dein Maklerunternehmen so auf, dass du es irgendwann mal hochpreisig im Ganzen, also als Share-Deal verkaufen kannst, dann würde ich natürlich das Maklerunternehmen nicht zur Holding machen, sondern würde eine leere Holding gründen, darunter die VV-GmbH und die Makler-GmbH. Und dann kannst du die gesamte Gesellschaft mal steuerfrei im Share-Deal verkaufen. Übrigens baue ich alle meine Gesellschaften so auf, beziehungsweise ich starte kein Geschäftsmodell ohne eine konkrete Exit-Strategie. Und bei mir ist natürlich immer am Ende der Unternehmensverkauf das größte Ziel, was mir auch schon zweimal jetzt gelungen ist. Von daher würde ich immer die Unternehmungen, in denen ich tätig werde, die ich mit aufbaue, unter einer Holding packen, damit ich sie irgendwann mal steuerfrei verkaufen kann. Luca, Einschätzung zur Nutzungsdauer-Thematik wäre super, habe ich gerade schon beantwortet. Max und Gröh, wie geht es mit der Nutzungsdauer weiter? Steuergesetz 24 scheint ja zu stehen. Nein, es steht noch nicht. Nachdem Bundesrat und Bundestag diese Gesetze oder Entwürfe geprüft haben, gibt es immer noch viele Interessenvereinigungen, die dazu befragt werden. Und das letzte Mal war genau diese Interessenvereinigung der Steuerzahler und auch der Steuerberaterkammern, dass diese Regelung mit dieser Nutzungsdauerverkürzung nicht dem Leistungsfähigkeitsprinzip entspricht, wenn sie gestrichen wird. Und darauf berufe ich mich auch heute noch, weil der Gesetzgeber hat letztes Jahr schon mal versucht, die aktuelle Regelung zu ändern, ist damit gescheitert. Ich glaube nicht, dass er jetzt da unbedingt erfolgreich sein muss. Ich bin vielleicht ein hoffnungsloser Optimist, aber ich sehe sehr gute Chancen, dass sich an der aktuellen Nutzungsdauerregelung nichts ändert. Wie managst du deinen entlammernden deutschlandweiten Immobilienbestand? Das schreibt Thomas Kree. Ja, bei mir ist es recht einfach. Die Immobilienbestände, die ich weiter weg habe, was nicht viele sind, die mache ich im Co-Investment. Dort bin ich eher der Kapitalgeber und jemand anderes, befreundete Geschäftspartner, managen dann die Immobilien. Und dann gibt es einen Fair Share am Ende des Tages. Meinen Immobilienbestand hier in der Region Pirna, wo der ganz überwiegende ist, den manage ich über eine Hausverwaltung. Das ist mir sehr wichtig. Ich habe dort eine Telefonnummer, die ich anrufen muss. Die kümmern sich, die kennen alle Mieter, die machen das schon ganz lange hier in unserem 40.000 Einwohner-Städtchen. Und das ist für mich auch ein ganz, ganz großer Vorteil, wenn man so regional investiert, dass man sich immer auf dieselben Leute, mit denen man jetzt schon Geschäftsbeziehungen langjährig hält, auch verlassen kann. Hier eine Frage von Christian. Eigentum Mann 50, Frau 50, Inhaberhaus, UG, Vermieten an GmbH, Mann 100 Prozent, Gesellschafter, Geschäftsführer, Betriebsaufspaltung. Nein, es ist keine Betriebsaufspaltung. Christian, aber ihr müsst eine Sache beachten. Es gibt Theorien, wo auch ein Bruchteil einer Immobilie, wenn du jetzt schreibst 50, 50, ihr habt bestimmt in Bruchteilen gekauft und nicht in einer GmbH. Das heißt, wenn dir 100 Prozent die GmbH gehört, könnte es Finanzamt auch eine Betriebsaufspaltung sehen, wenn du deinen 50-prozentigen Bruchteil an deine GmbH vermietest, weil du über diesen Bruchteil auch selber verfügen kannst. Du kannst ihn ja sogar verkaufen. Von daher würde ich euch empfehlen, schließt eine Einstimmigkeitsabrede ab, du und deine Frau. Und beschließt, dass ihr über diese Immobilie nur gemeinsam einstimmig verfügen könnt. Dann kannst du beim Haus deinen Willen nicht durchsetzen. Ich denke, wir wissen alle, dass deine Frau zu Hause die Hosen anhat. Und dann ist es auch nicht schlimm, dass du in deiner GmbH deinen Willen durchsetzen kannst, weil du wie gesagt auf Immobilienebene dort immer einen hast, der ein Veto einlegen kann. Diese Einstimmigkeitsabrede, die gibt es auch bei Bruchteilsgesellschaften. Und wenn du jetzt mal ganz genau suchst, ich weiß nicht, wie lange die Situation so ist, vielleicht findest du noch die Einstimmigkeitsabrede, die du damals vor der ersten Vermietung an die GmbH geschlossen hast. Muss nicht notariell beurkundet werden, kann man dann privatrechtlich machen. Thomas Kri fragt noch, wie man eine Immobilie sinnvoll an Nichten oder Neffen verschieben kann und gemeinsam investieren kann. Thomas, bei Nichte und Neffen, also von Tanten auf Nichte und Neffen, ich habe die Fälle sehr häufig. Wir haben hier sowohl erbschaftsteuerlich Riesenprobleme, Steuerklasse 2, sehr hoher Steuersatz und wir haben im Kauffall die Grunderwerbsteuer. Und was ich jetzt sage, mag etwas lustig klingen, aber bei uns in der Steuerklasse, wenn ihr euch dafür interessiert, was das ist, www.emocation.de slash Steuerklasse, könnt ihr mal schauen. Dort habe ich für meine Teilnehmer sehr, sehr viele Muster gesammelt. Und das Muster, was in diesen Fällen ganz sicher zu Rate zu ziehen ist, mit dem man sich auseinandersetzen sollte, ist eine Erwachsenenadoption. Nicht erschrecken. Nichte oder Neffe, die adoptiert wird, die müssen keinen anderen Elternteil abgeben. Es kommt ein dritter Elternteil hinzu, wenn das sauber vom Familiengericht aufbereitet und gewährt wird. Von daher, beste Lösung innerhalb der Familie, auch über weitere entfernte dort, eine steuerlich günstige Lösung herzukriegen, sowohl bei der Erbschaft als auch bei der Grunderwerbsteuer, ist die Erwachsenenadoption. Ich habe zum letzten Fall gehabt, ging es um eine 2-Millionen-Immobilie. Hätte man die gekauft, wären 170.000 Euro Grunderwerbsteuer angefallen. Hätte man sie verschenkt, ein Vielfaches an Erbschaftssteuer durch die Erwachsenenadoption, konnte so eine Mischform aus Kauf und Schenkung gemacht werden. Es wurde letzten Endes keine Grunderwerbsteuer mehr gezahlt. Und es wurde massiv an Erbschaftssteuer gespart. Ich glaube, die Steuersparnis lag so bei 400.000 bis 600.000 irgendwo in dem Bereich. Wenn ihr wollt, mache ich da nochmal ein Video dazu zur Erwachsenenadoption, wann das sinnvoll ist im Bereich der Besteuerung und wie die Voraussetzungen sind. Da gehört noch etwas mehr dazu. Martin Ulic möchte Garagen ohne Grund und Boden verkaufen. Gehe ich da Gefahr des gewerblichen Immobilienhandels? Martin, schau dir mal bitte das Video zum gewerblichen Immobilienhandel an. Wenn du die Garagen länger als 10 Jahre hast, sind das keine Zählobjekte mehr im Sinne des Grundstückshandels. Wenn du jede Garage einzeln allerdings verkaufst, dann kann das tatsächlich passieren, wenn du die Garagen kürzer als 5 Jahre hältst. Bei einer Haltedauer zwischen 5 und 10 Jahren, das ist so ein bisschen rechtsfreier Raum, sage ich mal. Es sind dann eigentlich keine Zählobjekte mehr, du müsstest sie aber trotzdem besteuern. Ich hoffe mal, du hast die Garagen länger als 10 Jahre. Dann kannst du sie alle an einem Tag verkaufen. Wirst nicht zum gewerblichen Grundstückshändler. Schau dir bitte das Video dazu nochmal an. So, das war es hier mit Teil 1. Es waren so viele Fragen. Abonniert diesen Kanal, damit ihr den Teil 2 nicht vergesst. Vielleicht ist dort auch deine Frage dabei. Folge Mr. Steuer, sonst wird es teuer.